Ich möchte Sie, ich möchte Euch auch herzlich begrüßen zu diesem Abend, auf den ich mich sehr gefreut habe, beziehungsweise auf die ganze Lehrserie. Ich glaube, es gab noch keine Lehrserie, die mich über Monate so sehr beschäftigt hat wie diese. Und bevor ich einsteige in den Lehrteil, möchte ich unseren OB nach vorne bitten, denn den werde ich jetzt mit ein paar schwierigen Fragen löchern zum Thema Stadt. Und ich gebe Dir dieses Mikrofon. Zuerst möchte ich sagen, lieber Martin, vielen Dank, dass Du Dir Zeit nimmst, in Deinem vollen Terminkalender heute Abend dabei zu sein, um uns ein paar Einblicke zu geben aus der Sicht des Bürgermeisters, des Oberbürgermeisters in die Stadt. Ich war letzte Woche im Rathaus und habe die gleichen Fragen dem ersten Bürgermeister gestellt. Das werden wir dann nächstes Mal sehen. Der hat nämlich an keinem der Abende leider Zeit, wäre sehr gern gekommen, Ulrich von Kirchbach. Aber Du bist da, umso schöner. Wir wollen in dieser Lehre über die Stadt herausfinden, was haben Christen eigentlich mit der Stadt zu tun? Was sind die Herausforderungen, die eine Stadt hat? Und wie können wir als Christen dazu beitragen, unsere Stadt? Ihr seht es ja hier schon, sucht das Wohl der Stadt segnen. Zu diesem Vers kommen wir auch gleich. Jetzt aber zu den Aussagen unseres Bürgermeisters. Ich habe sieben Fragen aufgeschrieben. Vielleicht brauche ich nicht alle zu stellen. Ich sage auch erst mal guten Abend in den Runden. Ich freue mich, hier zu sein. Ich komme in der Tat direkt aus dem Gemeinderat. Wir hatten heute Gemeinderatssitzung, deswegen auch das knappe Erscheinen. Ich habe gerade noch Krawatte und Schuhe getauscht. Ich freue mich auf den Abend und finde es schön, dass ihr heute Abend hier zusammenkommt. Sehr schön, vielen Dank. Die Gemeinderatssitzung hat trotzdem so einigermaßen pünktlich aufgehört, weil wir gebetet haben, dass sie pünktlich aufhört. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Meine erste Frage lautet, was sind die aktuellen Herausforderungen, vor denen Freiburg heute steht und welche erwartest du für die nächsten Jahre? Das ist eine gute Frage. Das ist natürlich auch eine politische Frage. Ich sage immer so ein bisschen, meine drei Schwerpunkte sind bezahlbares Wohnen, weil ich glaube, das wird mitunter die größte soziale direkte Herausforderung, die auch das Potenzial hat, eine Stadtgesellschaft zu spalten. Nachhaltigkeit und Digitalisierung, über Digitalisierung werden wir vielleicht weniger heute reden, aber gerade soziales, also bezahlbares Wohnen ist so das, was natürlich auch die Wahlen mit beeinflusst hat. Aber da merken wir einfach in unserer Stadt, das ist irre teuer. Das merken viele überhaupt nicht, wenn sie einem Eigentum leben oder schon lange irgendwie in einem Mietvertrag sind. Aber wenn man heute neu nach Freiburg kommt, wenn man aus privaten Gründen eine neue Wohnung sucht, dann ist das brutal hart. Und das ist vor allem extrem hart und unfair für junge Familien, für Menschen, die nicht so viel verdienen. Und ich glaube, da haben wir wirklich eine soziale Verantwortung. Das ist auch etwas, was nicht über Nacht jetzt einfach lösbar ist. Aber hier müssen wir auf jeden Fall viel mehr Geschwindigkeit bekommen. Und das Thema Nachhaltigkeit, also auch Klimaschutz, aber Nachhaltigkeit nicht nur auf Klimaschutz reduziert, sondern Nachhaltigkeit in dem, es gibt ja dieses Dreieckbild, also ökonomisch, ökologisch und sozial. Das ist, finde ich, ganz wichtig, auch aus meinem christlichen Glauben heraus, Respekt vor der Schöpfung, aber auch vor den Mitmenschen. Und daher glaube ich, dass das ein ganz spannender Prozess wird und der ebenfalls, den wir, glaube ich, noch gar nicht überblicken können. Also Herausforderungen haben wir ganz viele in Freiburg, keine Frage. Aber ich glaube, dass das Thema, wie sie sich in der Stadt selbst versteht, wie sie sich entwickeln will, das, glaube ich, ist das Thema Wohnen, auch von Quartieren, auch miteinander wohnen. Und aber auch gerade eben jetzt auch als Neuausrichtung, wie verstehen wir uns als Stadt und wie wollen wir vorangehen als Gesellschaft, als Stadtgesellschaft mitnehmend, offen sein. Das wird ein spannender Prozess auch weiterhin bleiben. Vielen Dank. Dann komme ich zur nächsten Frage. Wie kann aus deiner Sicht, und jetzt kommen wir zu uns, die christliche Kirche, von denen heute Abend ja viele Repräsentanten aus verschiedenen Gemeinden da sind, wie kann aus deiner Sicht die christliche Kirche in Freiburg heute und morgen dem biblischen Aufruf, sucht der Stadt Bestes, positiv zum Wohl der Stadt wirken? Auch im Blick auf deine Ausführungen eben. Also alles jetzt verhältnismäßig spontan antworten. Ich glaube, indem sie vereint. Also erstmal das Dankbarkeit ist etwas, was mich irgendwie erfüllt, auch klar durch meinen Glauben heraus, gerade das letzte Lied. Und auch indem Menschen aus ihrer christlichen Überzeugung heraus Arme reich machen, indem sie teilen, aber vor allen Dingen auch Schwache stark machen, indem sie ihnen helfen. Und ich glaube, da ist diese, indem Christen Menschen miteinander vereinen, verbinden. Ich glaube, das ist was ganz Zentrales. Es gibt ja diesen bösen Spruch, die Kirche ist der größte Feind Gottes, also weil die Kirche eben auch oftmals extrem verstritten ist. Und das erleben wir in den verschiedenen Religionen auch in der Welt. Also ich meine, Islam, Judentum etc. Es gibt so Pole, die auseinanderdriften. Und das hatten wir über Jahrhunderte auch im Christsein. Und ich freue mich, dass Ökumene, finde ich, also in meinem Wahrnehmung nochmal ganz neu gelebt wird heute. Und was können Christen tun? Wir sind hier hinter Münster. Die Münster ist das Herzstück der Stadt. Sage ich mal, auch Stadtplanerisch dürfte man das so besagen. Und ich glaube, das Verbinden der Menschen zusammenbringen, Alt und Jung, das ist, glaube ich, was Zentrales. Also nicht nur Alt und Jung, sondern auch noch darüber hinaus. Vielen Dank. Jetzt setze ich dir mal den Hut des OBs auf, von dem ich gar nicht weiß, wie der aussieht. Und lass mal deinen eigenen Glauben beiseite und frag dich, was wünschst du dir speziell in deiner Rolle als Chef der Stadtverwaltung von der Kirche in der Stadt? Also wirklich echtes, authentisches, soziales Engagement für Mitmenschen in aller Demut und in echter Mitmenschlichkeit. Das heißt, ich glaube, das sehen wir heute schon, also wenn ich mir vorstelle, ohne das soziale Engagement, was in Freiburg läuft, dann würden wir implodieren im negativen Sinne. Und das heißt, jetzt wird die Gesellschaft ja auch dadurch zusammengehalten, dass man gerade Menschen eine Hand gibt, die eben oftmals keine Hand bekommen und dass man Menschen zusammenbringt. Und ich glaube, das ist sozusagen, wenn man das, was man hier singt und das, was man liest in der Bibel, wenn man das sozusagen auch in real life umsetzt, für Menschen da ist, ich glaube, das brauchen wir. Ich glaube, wir brauchen Menschen, die aufstehen und die aufstehen. Das habe ich mit dem Verein gemeint. Also jetzt kommen wir gerade aus dem Gemeinderat und wir haben einen super Gemeinderat. Ich würde nie was Kritisches über unseren Gemeinderat sagen. Also würde ich schon sagen, wenn es einen Grund gibt. Aber natürlich sieht man das auch in der letzten Wahl. Wir haben ja 16 verschiedene Gruppen. In unserer Welt gibt es mehr und mehr Partikularinteressen. Und wir brauchen Menschen, die verbinden, die sozusagen das große Ganze im Blick haben, ohne dass die einzelnen Gruppen ausgegrenzt werden. Ganz im Gegenteil. Klar gibt es Personengruppen, für die müssen wir besonders da sein, weil sie besondere Situationen haben, besonders schwach sind etc. Aber wir brauchen Menschen, die die Gesellschaft verbinden. Weil sonst haben wir nur noch Pole, die aus dem anderen laufen. Das erleben wir politisch gerade ein Stück weit. Und ich hoffe nicht, dass wir das gesellschaftlich erleben. Und das meine ich auch auf Fridays for Future. Fridays for Future. Ich habe ja selbst allen Mitarbeitern eine E-Mail geschrieben und freue mich, wenn sie daran sich beteiligen etc. Also bin ja voll in diesem Bereich aktiv. Aber wenn Fridays for Future am Ende zu einem Generationenkonflikt wird, dann haben wir ein echtes Problem. Vielen Dank. Du hast jetzt zweimal das Verbindende erwähnt und da will ich überleiten zur nächsten Frage, weil das ja dann aus deiner Sicht ausbaufähig ist. Gibt es aus deiner Sicht auch Kritik oder gibt es in deinem Herzen, in deinem Denken Kritik den Christen gegenüber der christlichen Kirche in ihren unterschiedlichen Ausformungen gegenüber hier in Freiburg? Also ich will jetzt erstmal zu Recht rücken. Ich habe das nicht mit meinen Äußerungen kritisiert, sondern die Frage, was ich mir wünsche. Und ich wünsche mir das, was es zu Teilen ja schon gibt. Aber natürlich wünscht man sich immer mehr. So sind Menschen halt irgendwie auch genetisch gestrickt. Also was ich gesagt habe, also City Changer, das ist ja die Botschaft. Und eine Stadt kann man nur verändern, wenn man in ihr aktiv wird und rausgeht. Also ich würde mir wünschen, dass das Ökumenische noch einmal viel stärker kommt. Das, was man heute Abend noch sieht. Dass wir nächstes Jahr hoffentlich dann in Münster bei dem ökumenischen großen Gottesdienst sehen werden. Wenn wir erleben, dass man Grenzen überwindet. Also auch Konfessionsgrenzen, aber auch einfach menschliche Grenzen. Und ganz konkret, ich freue mich immer, wenn man Häuser öffnet. Also wenn man Häuser, auch Kirchenhäuser öffnet. Also es ist doch eine Stadt. Wir haben so einen Mangel, nicht nur an Wohnraum, sondern auch an Begegnungsstätten. An Bandproben, Nutzungsräumlichkeiten, an Vereinsmöglichkeiten. Warum haben wir denn kirchliche Häuser, die den halben Tag leer stehen oder abends immer leer stehen oder am Wochenende immer leer stehen. Das wäre doch, also fände ich eine tolle Botschaft sozusagen auch, wenn kirchliche Häuser, Gemeindehäuser auch von Freikirchen, in den Zeiten, wo eben kein Betrieb drin ist, wenn man sich für Vereinstätigkeiten öffnet. Also in die Stadt hinein, als City-Changer versteht. Danke. Jetzt noch einmal zugespitzter. Deutliche Worte, ich lasse ihn nicht entkommen. Deutliche Worte sind heute in den verschiedensten Bereichen gefragt. Ich mache die Feststellung, dass Menschen die klare Kante zeigen, im Unterschied zu vielleicht in den letzten Jahrzehnten nicht als komisch und verschroben angesehen werden, sondern als mutig und als Menschen, die zu ihren Überzeugungen stehen. Du hast vorhin Fridays for Future erwähnt, Greta Thunberg hat auf dem Klimagipfel deutliche Worte gefunden. Du musst jetzt kein so ärgerliches Gesicht machen wie sie. Aber ich möchte dich herausfordern, deutliche Worte an die Kirche zu richten. Also gibt es etwas, wo du sagen würdest, Mensch, ihr müsst da aus den Löchern kommen, ihr müsst da auf die Spur kommen. Du musst nichts sagen, wenn es nichts gibt, aber dein Wort hat Gewicht. Also erstmal verstehe ich dieses Greta-Bashing überhaupt nicht. Ich glaube, man darf sie nicht hochstilisieren und sie ist keine tolle Ikone. Und natürlich ist sie ein Mädchen, das in sehr überproportional guten Lebensverhältnissen aufgewachsen ist. Aber ich finde, wenn sie sagt, ihr habt mir an meine Zukunft geglaubt, dann stimmt das vielleicht nicht für sie als Person, aber dann stimmt das für hunderte andere Kinder, Millionen andere Kinder in der Welt. Also deswegen zum Thema Greta-Bashing, deutliche Worte... Habe ich Greta gebasht? Nein, nein, gar nicht. Wir hatten gerade vorgestern eine ganz große interne Diskussion auch bei uns. Fast Sakrosant. Genau, nein, nein. Das ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt. Also in Kirchen-Bashing oder deutliche Worte wünscht ihr nicht. Bashing ist ja gleich negativ. Also ich muss sagen, ich bin ja jetzt... Ich meine, meine Wahl war April letzten Jahres, April und Mai letzten Jahres. Und ich habe in der... Ich würde erstmal mal was Positives sagen, weil ich habe in meiner Zeit in Freiburg wahnsinnig viel Positives erlebt. Und ich finde, das ist echt ein toller Impuls, auch christlich verbinden, der in Freiburg ausgeht. Natürlich, du willst jetzt was Kritisches hören, aber von der... Wirklich, ich finde es phänomenal, auch sogar ökumenisch, dass da der orthodoxe Priester mit dem Bischof gemeinsam betet und der evangelische Dekan dabei ist und die Freikirche... Und ich finde es grandios, auch was ehrenamtlich hier läuft. Und deswegen habe ich gar nicht so viel Bashing. Natürlich würde ich mir von manchen großen Kirchen ein bisschen mehr Offenheit wünschen und Reformwilligkeit etc. Ich würde den Satz von vorhin nochmal sagen, die Kirche, der größte Feind Gottes, das darf es nicht sein. Also die Kirche muss ein verbindender, einladender Ort sein. Und sobald wir Kirche politisch und abgrenzend verstehen und Glauben ausgrenzend leben, dann ist das meiner Meinung nach nicht nur kontraproduktiv, dann hat das auch nichts mit meinem Verständnis von christlichem Glauben zu tun. Und das würde ich dementsprechend dann auch deutlich kritisieren. Gut, dann überspringe ich die Frage, gibt es einen Kritikpunkt? Die überspringe ich. Es gibt natürlich viele Kritikpunkte. Ich bin nicht hergekommen, um das schön zu reden, aber wenn ich jetzt die Frage so gerade spontan höre, muss ich sagen, ich bin schon echt positiv berührt, wie viel Impulse von diesem Gemeinsamen ausgeht und wie viel ökumenische und verbindende Initiativen es gibt in Freiburg. Das ist bei Weitem nicht genug und es kann immer mehr sein, aber wenn ich das so vergleiche auch mit den anderen Stationen, die ich in Deutschland hatte, dann habe ich das nie so wahrgenommen wie hier in Freiburg. Und das ist erstmal, das darf, also ich mache jetzt keine Werbung, nicht falsch verstehen, aber das, wenn du mich so, vielleicht bin ich noch leicht beeinflusst von dem letzten Dankbarkeit liegt. Gut, dann lieber Martin, ein Ende mit der Qual der Fragen. Hast du noch etwas, was dir darüber hinaus auf dem Herzen liegt, was du gerne dem Auditorium sagen möchtest? Mir liegt ganz viel auf dem Herzen. Du hast 30 Sekunden. Wir könnten mal die Agenda der Gemeinderatstops runden ein. Also ich würde mich freuen, wenn die Impulse von dieser City-Changer-Reihe eben nicht nur Impulse sind, die in diesen vier Wänden bleiben, sondern wirklich ausstrahlen. Das ist ja sozusagen die Kernbotschaft auch hinter der Veranstaltungsreihe. Und wenn das Christinnen und Christen schaffen, Menschen mitzunehmen, zu begeistern, ehrlich, authentisch zu sein und einfach unsere Stadt verändern. Und nicht nur unsere Stadt, natürlich unsere Region und damit unser Land und vielleicht sogar unsere Welt, aber vor allem jetzt hier ganz konkret in Freiburg und das geht meiner Meinung nach immer nur mit etwas ganz Konkretem. Also natürlich brauchen wir pathetische Worte und schöne Reden, aber wir brauchen konkrete Projekte, tägliche Akte der christlichen Nächstenliebe. Ich glaube, das erwartet auch der da oben. Vielen Dank, Oberbürgermeister Martin Horn. Vater, ich bete, dass du uns jetzt leitest, wenn wir einsteigen in dieses wichtige Thema. Ich bete, dass du Offenbarung schenkst durch deinen Heiligen Geist, damit es eben nicht heute auch nicht bei dieser Lehrserie bei pathetischen Worten bleibt, bei schönen Beschreibungen und bei dem Aufzählen von Fakten, sondern, Herr, ich bete, dass du die Gnade schenkst, dass unsere Herzen und unser Sinn durchdrungen werden von deiner Sehnsucht nach den Menschen in dieser Stadt, die es eben nicht so gut haben wie wir, die am Rand stehen, die dich nicht kennen, die noch nicht Leben gefunden haben, die vielleicht keine Perspektive oder Hoffnung haben. Komm und entzünde uns und lass du diese Veranstaltungen nicht zu einer Informationsweitergabe-Session werden, sondern, Herr, lass uns dein Herz spüren und das bete ich in Jesu Namen. Amen. Wenn man die Bibel liest, dann steht da ganz schön viel über die Stadt oder über unser Verhältnis zur Stadt und auch über Gottes Träume bezüglich der Städte drin. Und in diesem Vers, den ihr hier vorne seht, Jeremia 29, Vers 7, kumuliert eigentlich das Herz Gottes oder das Streben des Herzens Gottes nach dem Wohl der Stadt. Sucht das Wohl der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe und betet für sie zum Herrn. Ich kenne aus meiner christlichen Sozialisierung den Schwerpunkt bezüglich dieses Bibelferses immer auf diesem und betet. Ja, das machen wir. Wenn OB-Wahlen anstehen oder wenn Gemeinderatswahlen oder was auch immer, dann beten wir. Aber das Beten scheint mir hier und das sage ich jetzt als Leiter eines Gebetshauses fast wie der Wurmfortsatz zu sein. Der Blinddarm, der da dran hängt an der ersten Aussage. Sucht das Wohl der Stadt. Wir sollen uns also auf die Suche machen und Suche ist Aktion. Suche ist nicht, in meinem Kämmerlein zu beten und still zu werden. Das gehört zum Und, sondern Suchen heißt tatsächlich, aktiv zu werden. Heute Abend wird es primär darum gehen, was eigentlich eine Stadt ist. Ich habe bei der Vorbereitung zu dieser Serie selber viel gelernt über Städte und über den Organismus Stadt. Da greife ich schon vor und sage behauptend, eine Stadt ist ein Organismus, etwas Lebendiges. Und heute Abend möchte ich euch mit ein paar Zahlen auch vielleicht überraschen, was Städte angeht. Ich möchte einsteigen mit folgendem Fakt. Erstens, laut UNO, den Vereinten Nationen, wächst die Stadt an sich, also die Städte um fünf Millionen Menschen pro Monat. Fünf Millionen Menschen pro Monat zieht es weltweit in die Stadt. Die städtische Weltbevölkerung wird bis Mitte des 21. Jahrhunderts so groß sein wie die Gesamtbevölkerung der Welt im Jahr 2004. Je größer eine Stadt ist, desto mehr soziale Interaktion findet statt und wird auch notwendig. Eine Stadt ist ein Organismus, in dem ein Geben und Nehmen stattfindet. Viertens, Städte, habe ich vorhin schon gesagt, sind lebendig, sind lebendige Objekte, die sogar wieder auferstehen können. Die Selbstheilungskräfte, will ich es mal nennen, von Städten sind unglaublich. Denk mal an Hiroshima oder an Nagasaki, Städte, die völlig zerstört waren. Mein Vater war hier beim Bombenangriff 1944 in Freiburg betroffen, das Haus, in dem er gelebt hat und hier ums Münster herum war alles kaputt, alles platt und es ist wieder aufgebaut worden. Da, wo mal eine Stadt war, die durch Krieg vielleicht völlig zerstört wurde, wird in der Regel auch wieder eine Stadt gebaut. Fünftens, heute spricht man neudeutsch von sogenannten Magnet Cities, das sind Städte, die Menschen anziehen wie ein Magnet. Es gibt aber auch das Umgekehrte, es gibt Städte, die Menschen abstoßen. Denken wir zum Beispiel an Detroit. Detroit in den USA, da will niemand so gerne hinziehen, weil es da sozial so schwierig aussieht. Aber andere Städte, so wie Freiburg beispielsweise, da wollen die Menschen wohnen, weil sie angezogen werden von einer großen Anziehungskraft und diese Anziehungskraft wirkt nicht nur auf einfach Bewohner und Menschen, die dann in der Stadt ihren Arbeitsplatz finden, sondern auch auf Besucher oder auf Unternehmen und mit den Unternehmen kommen neue Gelder in die Stadt, es kommen neue Ideen in die Stadt. Die Stadt wächst, wenn Menschen zu ihr stoßen. Magnet Cities sind wie Hopfen und Getreide in einem Bierfass. Da gärt es, da arbeitet es, da entwickelt sich etwas. Magnetstädte sprudeln von neuen Ideen, die dazu beitragen, neue Unternehmen, soziale Netzwerke und Infrastrukturen zu gründen. Restaurants, Geschäfte und Bars blühen auf Besucher erscheinen und geben Geld aus und bringen Geld in die Stadt hinein. Man will in einer solchen Stadt wohnen, weil es Fakt ist, dass regelmäßige, herausfordernde, persönliche Interaktion mit anderen Menschen uns kreativer, produktiver und innovativer macht. Wenn ich nur in meinem Wohnzimmer sitze und nicht interagieren kann mit lebendigen Menschen, sondern nur mit meinem Telefon oder Fernseher, wird meine Kreativität immer weiter runtergehen. Meine Innovationsbegabung entzündet sich an anderen Menschen und zwar an innovativen Menschen. Und innovative Menschen trifft man zuhauf in den Megazentren dieser Welt. Und natürlich gibt es ganz profane, grundlegende Gründe, warum Menschen in einer Stadt leben wollen. Eine Stadt bietet Sicherheit. Eine Stadt bietet Unterschlupf. Eine Stadt bietet Versorgung. Ich glaube, in Freiburg gibt es so ungefähr, Martin, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, so ungefähr 800 obdachlose Menschen. Jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre, begegnen mir einige davon. Auf dem Weg zur Arbeit bete ich immer für die Menschen, die in die Pflasterstube bei uns gehen und die versammeln sich in der Stadt, weil es dort Versorgung gibt, weil es dort Kommunikation gibt, weil es soziale Fürsorge gibt. Städte, und das mag vielleicht jetzt überraschend sein, Städte sind immer Orte der Anbetung. Früher im Altertum wurden Städte gebaut um und heute kennen wir noch den Spruch lass mal die Kirche im Dorf. Der Anbetungsort stellte das Zentrum dar, nicht nur im jüdischen Glauben, sondern in anderen Glaubensformen auch. Städte sind Orte der Anbetung. Menschen beugen sich vor einem Götzen oder vor Gott. Vielleicht sagst du jetzt, naja, heutzutage wird ja nicht mehr irgendein Götze angebetet, aber in jeder Stadt gibt es Anbetung. Es gibt Städte, in denen die Mode angebetet wird, es gibt Städte, in denen der Erfolg angebetet wird, es gibt Städte, in denen das Geld angebetet wird. Wir werden das noch sehen. Ich habe aus dem Wall Street Journal ein schönes Zitat gefunden von einem bekannten Autor David Foster heißt er und er schreibt, ich übersetze auf Deutsch, was den Atheismus, den angeblichen fortschreitenden Atheismus in Städten angeht, schreibt er, in den Schützengräben des alltäglichen Erwachsenen Lebens gibt es keinen Atheismus. Völlige Abwesenheit von Anbetung im Leben eines Menschen gibt es nicht. Er war übrigens kein Christ. Jeder betet an. Wir haben nur die Wahl, was das Objekt unserer Anbetung ist. In Städten sammeln sich Anbeter. Menschen wollen anbeten. Ich behaupte sogar, Menschen müssen anbeten. Es ist ein Urinstinkt des Menschen anzubeten und heute, wo es nicht mehr en vogue ist, einen Gott anzubeten, werden andere Dinge angebetet. Und die größten Anbetungsaltäre findet man in den Städten. Ich möchte euch ein paar Zitate vorlesen von Menschen, die sich viel viel mehr noch als ich mit Städten beschäftigt haben. Mein erstes Zitat ist von einem CEO von der bekannten Analyse und Beratungsfirma, die weltweit Erhebungen durchführt, Gallup. Jim Clifton, Er sagt, wenn Sie mich fragen, woher der nächste Durchbruch, wie die starke Bedeutung des Internet kommen wird, lautet meine Antwort aus der Kombination der Kräfte innerhalb großer Städte, großartigen Universitäten und deren einflussreichen Leitern. Der Eckstein aller dieser drei sind Städte. Er sagt, wie es den Top 100 der amerikanischen Städte geht, so geht es der Wirtschaft des gesamten Landes. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt genauer erörtern, welchen Einfluss Städte auf das ganze Land haben. Wie Städte das ganze Land, zu dem sie gehören, prägen. Mein zweites Zitat. Das international erscheinende Foreign Policy Magazin hat in einer Spezialausgabe über Städte Folgendes geschrieben. Das Zeitalter der Nationen ist vorbei. Das neue, das städtische Zeitalter hat begonnen. Das 21. Jahrhundert wird nicht von Amerika oder China dominiert werden, sondern von Städten. In einem Zeitalter, das zunehmend nicht mehr zu managen ist, werden Städte zu den Inseln der Regierbarkeit, in welchen die zukünftige Weltordnung entsteht. Da könnten wir jetzt eigentlich eine Stunde drüber reden, das werden wir aber nicht tun. Ich wollte dieses Zitat euch weitergeben, um zu sagen oder aufzuzeigen, Menschen, die sich enorm mit dem Thema der Stadt beschäftigt haben, sehen die Zukunft der Entwicklung kultureller Zusammenhänge, die Zukunft von sogar Regierungsformen in den Städten. Mein letztes Zitat von Albert Mohler, er ist Präsident des Southern Baptist Theological Seminar in Kentucky, er schreibt, so viel ist klar, Städte sind die Orte, wo die Menschen sind, wo früher 30% der Menschen in Städten gelebt haben, es bald 80% sein werden, weltweit. Wenn die Kirche, und da kommt mein erster Hinweis für uns als Christen, wenn die Kirche es nicht lernt, die Städte zu erreichen, werden wir uns irgendwann draußen finden. Was die Zahlen zeigen, wie die Zahlen zeigen, gibt es keine Wahl. Wir werden gleich sehen, ich will vorgreifen, dass die vier größten Städte der Welt, die in naher Zukunft die 40 Millionen Einwohner Grenze überschreiten werden, sind alles Städte, in denen das Christentum kaum eine Rolle spielt. Wenn wir die Städte verloren geben und zugleich zu dem Schluss kommen, wie ich gerade zitiert habe, dass die Städte aber Länder prägen, dass die Städte die Werte von ganzen Nationen prägen, dann haben wir tatsächlich den Zug verpasst. Wenn wir unsere Städte aufgeben, auch als Kirchen und Gemeinden und auf die grüne Wiese ziehen, dann sind die Mieten natürlich billiger, aber es kommen nur die Leute vorbei, die bewusst sich entscheiden, ich nicht die Menschen, die durch die Innenstadt flanieren. Wenn wir unsere Städte verloren geben, dann geben wir Menschen verloren. Ich habe ein Diagramm zusammengestellt, das ich euch gerne zeigen möchte, wie der Verlauf des Stadtwachstums aussieht. Um 1900 lebten 14% der Weltbevölkerung in Städten. 1950 stieg diese Zahl schon auf 30%. 2008 war die Weltbevölkerung gleichmäßig in Städten und in ländlichen Gebieten vorzufinden. Also innerhalb eines Jahrhunderts und man muss ja immer sehen, dass die Weltbevölkerung gigantisch gewachsen ist in dieser Zeit, sind 2008 schon 50% aller Menschen in städtischen Gebieten zu finden gewesen. 2011 wurde die Welt bereits überwiegend in Städten vorgefunden und 2013 war es dann natürlich schon noch mehr und jetzt kommt eine wie ich finde erstaunliche Zahl 2050 wird erwartet dass 86% aller Menschen und die Zahlen habe ich von der UN 86% oder bis zu 86% aller Menschen in Städten leben. Das zeigt uns einerseits OB Horn hat es vorhin erwähnt vor welchen gewaltigen Herausforderungen die Stadtverwaltungen stehen und wir als Christen die der Stadt Bestes suchen sollen wir sollten uns diesen Herausforderungen ebenfalls stellen wir sollten nicht schimpfen dass dieses und jenes nicht funktioniert sondern wir sollten einerseits beten und zweitens aktiv werden und ich glaube dass wir das sogar müssen und ich werde euch belegen dass Jesus uns dazu herausfordert 86% in Städten übrigens jetzt greife ich vor in den vierten Abend ich war erstaunt irgendwann festzustellen dass der Himmel den wir alle erhoffen kein ewiges Rentnerparadies ist à la Florida sondern dass wir uns in einer Stadt wieder finden werden und vielleicht hast du dir vorgestellt im Himmel gibt es dann endlich die grünen Auen und die herrlichen Wälder und die hätte ich fast gesagt zwitschernden Schmetterlinge vielleicht gibt es die auch aber ich muss dich enttäuschen es kommt eine Stadt aus dem Himmel und in der werden wir leben wir werden Stadt Bewohner sein und das wird eine Megacity sein die alles andere in den Schatten stellt also diese Illusion muss ich uns nehmen wir werden nicht im himmlischen Florida leben städtisches Wachstum Klammer zu mein nächster Punkt hier nochmal ein paar Zahlen und lasst euch die mal auf der Zunge zergehen 22% der Weltbevölkerung leben in nur 600 Städten ich habe versucht herauszufinden wie viele Städte es denn gibt ist natürlich schwer weil a weiß es niemand und b ist es eine Definitionsfrage wo fängt eine Stadt an und wo hört eine Ortschaft auf aber mir kommt es auf folgenden Punkt an 22% der aktuellen Weltbevölkerung leben in nur 600 Städten und diese 600 Städte wiederum erzeugen heute 60% des Bruttoinlandsprodukts der ganzen Welt 600 Städte weltweit in denen 22% aller Menschen leben erzeugen mehr als die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts der ganzen Welt Beispiel noch einmal möchte ich die Megacity New York erwähnen New York City erstaunlich stellt die gesamte Wirtschaftsleistung von Ländern wie Mexiko oder Indien in den Schatten in Indien gibt es ein paar Menschen und eine Stadt stellt die gesamte Wirtschaftsleistung von Mexiko oder Indien in den Schatten ich habe euch gesagt ich habe versucht herauszufinden wie viele Städte es denn aktuell gibt und ich habe einen Wert gefunden der mir einigermaßen zuverlässig erschienen ist wir haben in der Welt je nachdem wie man zählt 192 bis 195 Länder und in diesen 192 bis 195 Ländern gibt es 4.037 Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern einer von fünf Menschen lebt heute schon in einer riesigen Stadt es wird erwartet und jetzt komme ich zu dem Punkt den ich vorhin schon vorgegriffen habe es wird erwartet dass 2050 fünf Städte mehr als 40 Millionen Einwohner haben ich möchte euch diese Städte nennen nennen und ich kann jetzt nicht mehr die Frage stellen fällt euch was auf aber ich will es trotzdem mal tun Stadt Nummer eins Lagos in Nigeria Stadt Nummer zwei Karachi in Pakistan Städte Nummer drei und vier Mumbai das ehemalige Bombay und Kalkutta in Indien und Stadt Nummer fünf Dakar diese Städte werden voraussichtlich mehr als 40 Millionen Menschen haben das ist nicht vorstellbar zumindest nicht für ich ich lebe in einer Großstadt und es sind gerade mal 230 Hansele 230 tausend Hansele so ungefähr aber 40 Millionen und fällt euch auf wie ich vorhin gesagt habe dass da keine Stadt dabei ist die für ihr kirchliches Leben bekannt ist sind alles Städte wo andere Religionen ganz stark im Vordergrund sind wenn wir an Mission denken und ich will Mission definieren der Versuch Menschen die Liebe Jesu nahe zu bringen sodass sich ihr Alltagsleben und ihr Ewigkeitsleben segensvoll ändert wenn wenn wir an Mission denken dann denken wir ich gehe in den Himalaya oder nach Nepal und erreiche dort die kleinen Volksstämme und das ist wichtig und ehrenvoll aber man effektvoll ist es nicht Paulus hat es völlig anders gemacht das werden wir nachher noch sehen was ist eine Stadt und da habe ich sechs Punkte aufgeschrieben möchte wieder die United Nations zitieren und sagen bisher Zitat UN existieren keine standardisierten internationalen Kriterien zur Bestimmung der Grenzen einer Stadt und häufig sind für jede Stadt mehrere unterschiedliche Grenzdefinitionen verfügbar also die Definition was eine Stadt ist gibt es gar nicht erstens eine Stadt ist ein Ort der Divergenz also eine Stadt ist kein homogener Ort da leben ganz ganz unterschiedliche Menschen und zwar sowohl kulturell sozial von ihrem Glauben her von ihrem Alter her und so weiter ein Ort der Divergenz zweitens und da sind wir wieder bei unserem OB und seinen Kollegen ein Ort mit einer eigenen Verwaltung eine Stadt verwaltet sich selbst drittens ein Ort mit einer eigenen Versorgungsstruktur viertens ein Ort wo sich wenn man den Statistiken glauben kann und in dem Fall tue ich es wo sich Kreativität in unfassbarer Maße entwickeln kann ich lebe jetzt mittlerweile 55 Jahre in Freiburg ich bin einer der zwei gebürtigen Freiburger die noch in Freiburg wohnen und und will sagen die letzten Jahre gab es eine erhöhte Geschwindigkeit im Bereich der Kreativität ich habe in einem Forschungsinstitut gearbeitet 27 Jahre wir hatten gerade jetzt am letzten Samstag 70 Jahre Fraunhofer Gesellschaft Feier auf dem Platz der alten Synagoge in Freiburg geht was Kreativität angeht richtig was ab die Masse macht es die sich gegenseitig auch befruchtet in Opfingen geht auch ganz schön viel aber vielleicht andere Dinge so habe ich mich gerettet Gerhild gut eine Stadt ist ein Ort wo Dienstleistungen verkauft werden wo Dienstleistungen angeboten werden die auf dem Land gar nicht angeboten werden in der Stadt kannst du Dinge morgen kaufen von denen du heute nicht weißt dass du sie überhaupt brauchst das ist typisch Stadt es werden neue Sehnsüchte geweckt und das Produkt oder die Dienstleistung wird sofort dazu angeboten vorletzter Punkt die Stadt ist ein zentraler Ort der Entwicklung von Kultur und von Bildung wer eine Stadt wer in eine Stadt eintritt der betritt quasi eine auch ihn prägende Kultur Maschine ich bin geprägt von Freiburg ob ich es will oder nicht die Menschen sagen da werden wir später noch dazu kommen die Menschen sagen bestimmte Dinge über Freiburg die sagen nicht in Freiburg gibt es die so freundliche Agnes Gieringer sondern die sagen in Freiburg ist einfach eine coole Atmosphäre und diese Atmosphäre können wir uns weder entziehen noch verleugnen dass wir sie mit kreieren wir inspirieren uns gegenseitig wir prägen die Kultur einer Stadt also nicht nur Kunst sondern wie man miteinander umgeht und so weiter und so fort eine Stadt ist aber auch ein Ort der Anonymität und ich nehme den letzten Punkt dazu und der Oberflächlichkeit du kannst dich kaum irgendwo besser verstecken als in einem Hochhaus ich habe neun Jahre acht Jahre in einem Hochhaus gewohnt in Weingarten im 14. Stock ich kam aus St. Georgen einer grünen Idylle am Rand von Freiburg musste in ein Hochhaus ziehen ich bin das erste Jahr ich war die haben eine ganz andere Sprache gesprochen als ich ich musste mich dem erst mal annähern und mein erstes Jahr war ein Jahr der Zurückgezogenheit in diesem Haus gab es 300 Parteien die da gewohnt haben und jetzt könnt ihr euch vorstellen das waren keine Einzimmerwohnungen sondern etwas größer das höchste Hochhaus glaube ich bis heute in Freiburg Kreuzinger Straße 52 da haben ganz ganz viele Leute gelebt und ich habe meine Nachbarn oft gesehen aber keinen Kontakt gehabt zu ihnen Anonymität und Isolation ist heute zu einem der größten gesellschaftlichen Probleme geworden Menschen fühlen sich alleine 80% nach Umfragen 80% der Menschen weltweit die befragt wurden sagen sie kennen Einsamkeit Anonymität und Isolation das ist enorm und das ist ein Problem mit dem man kämpfen muss in England ich habe das hier in anderem Kontext schon einmal gesagt in England gibt es einen eigenen Minister eine Ministerin in dem Fall für Einsamkeit beziehungsweise für die Beseitigung von Einsamkeit Menschen in diesen großen Zentren können untergehen Städte sind wie große Fabriken die fabrizieren die unterschiedlichsten Dinge aber sie können auch Einsamkeit und Anonymität fabrizieren zusammengefasst gesagt Städte sind das Zentrum oder das Zentrum der kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung in der Welt des 21. Jahrhunderts Städte bringen wirtschaftliche Ressourcen Unternehmen Kunst Universitäten politische Strategien sowie Forschung und Entwicklung hervor das sind die Kulturgüter die unsere moderne Gesellschaft formen und definieren Städte sind wie große Fabriken was dort produziert wird reicht weit über die Stadtgrenzen hinaus und zuletzt in Städten ist alles in ständiger Bewegung liebe Freunde dieser Teil sollte uns schon zeigen Städte sind Plätze Orte Organismen die ein ungeheures Potential in sich tragen und diesem Potential hat die Kirche von heute leider relativ wenig entgegen zu halten dieses Potential wird relativ wenig genutzt ihr werdet es hören nächste Woche bei dem Interview was unser erster Bürgermeister Ulrich von Kirchbach als Kritikpunkt gesagt hat es geht genau in diese Richtung ja Freiburg liegt so in der Mitte des deutschen Bible Belts also es gibt hier ganz schön viele Christen aber wisst ihr was wenn wir den Mann auf der Straße fragen dann gibt es nicht so viele die so viele Christen kennen meinem Erkenntnisstand meiner Erfahrung nach ist es so dass viele Christen Städte nicht mögen ja jemand zeigt mir ich sage jetzt nicht wer den Daumen ja aus unserem Auditorium viele Christen mögen Städte nicht das hat ganz unterschiedliche Gründe aber ein Grund ist Städte sind dreckig Städte sind anstrengend in Städten gibt es viel Unmoral in Städten wächst so viel Negatives was gegen das Wort Gottes steht und deswegen ziehen sich viele Christen aus Städten zurück ich erinnere mich als wir unsere ersten Räumlichkeiten vom Gebetshaus angemietet haben wir hatten den komischen Wunsch oder Eindruck wir müssen in der Innenstadt sein also ich verrate euch nicht was wir heute an Miete zahlen aber ich fordere dich heraus uns dabei zu unterstützen sie zu zahlen aber wir wollen in der Innenstadt sein dort wo die politischen Entscheidungen getroffen werden dort wo die Glaubens Entscheidungen getroffen werden wenn wir Christen uns aus der Stadt verabschieden wer ist dann da der das Licht Gottes scheinen lässt wer ist dann da der die Atmosphäre prägt prägt ich bin überzeugt davon mehr denn je dass die größte jetzt benutze ich ein gefährliches Wort Waffe die wir Christen haben will aber auch erklären was ich meine mit Waffe ist unsere Anbetung und unser Gebet die Präsenz Gottes kann alles verändern wenn wir der Bibel glauben dann glauben wir dass dort wo Gott ist Licht ist und Finsternis nicht sein kann und wenn wir der Bibel glauben dann ist Gott dort wo Christen sind wo zwei oder drei versammelt sind bin ich mitten unter ihnen im Gebetshaus versuchen wir 24 Stunden Menschen zusammenzubringen aus den verschiedensten Kirchen und Gemeinden um ein Leuchtturm zu sein nicht weil wir so strahlend sind sondern weil wir glauben dass Gott zu seinem Wort steht und sagt hey ihr zwei Mittwoch morgen zwei bis vier ihr seid in den Augen so vieler aber in meinen Augen nicht ich habe versprochen ich bin der dritte im Bunde und wo ich bin ändert sich die Atmosphäre davon bin ich überzeugt es macht einen Unterschied ob wir auf der grünen Wiese präsent sind was nicht schlecht ist oder ob wir in der Innenstadt präsent sind bis heute hat Gott das in unserem Fall honoriert ursprünglich war das Christentum eine urbane Religion dennoch bis heute tun sich Christen mit den Städten schwer ich habe es vorhin gesagt was mit dem zügellosen Leben und der Anonymität zu tun haben kann aber wenn wir die Apostelgeschichte lesen die Apostelgeschichte ist ein Bericht eine Geschichte über die geografische Verbreitung des Evangeliums wo in Städten ein Bericht eine Geschichte über die Verbreitung des Evangeliums in und durch Städte viele Christen ist mein nächster Punkt benutzen ihre Stadt einfach nur und eigentlich ist es unfair wir benutzen die Ressourcen aber wir tragen nicht unbedingt etwas bei viele Christen verkennen die Chancen für das Evangelium also ich weiß nicht ob ihr wisst ich bin auch Christ ich will es nicht auf die Christen schimpfen ich ziehe mich da an der eigenen Nase aber ich möchte euch auch herausfordern und alle die hinterher bei YouTube und im Podcast diese Lehrserie ansehen und anhören viele Christen haben noch nicht verstanden welche Chancen Städte für das Evangelium bieten im Jahr 100 gab es ungefähr 25.000 Christen bevor noch Konstantin auf den Plan trat im Jahr 310 waren es 20 Millionen Christen 20 Millionen Christen wie kam das wie konnte das Christentum so rasant wachsen weil das Evangelium in Städten gepredigt wurde es gibt beispielsweise keinen Hinweis darauf zumindest wüsste ich von keinem dass Paulus in einem Dorf gepredigt hat Paulus ist in die Zentren der damaligen Welt gegangen und hat dort Gemeinden gegründet Resultat hier auf der Folie im 4. Jahrhundert waren 50% der römischen zum Reich gehörenden Stadtbevölkerung waren Christen während auf dem Land in den ländlichen Gebieten waren 90% der Menschen noch Heiden an dieser Stelle möchte ich einen Punkt machen weil wir jetzt in ein anderes Themenfeld einsteigen würden aber das werden wir nächstes Mal tun und ich kann euch sagen es wird richtig spannend es geht nämlich um die Charismen damit möchte ich beginnen die Charismen der Städte Städte haben unterschiedliche Begabungen Städte bringen unterschiedliche Kulturen hervor Städte prägen Länder wie ich vorhin gesagt habe darüber wollen wir nächstes Mal sprechen und dann nach und nach zu den Punkten kommen was sagt uns die Bibel was wir tun können neben unserem Beten für unsere Stadt wo sind die offenen Türen in der städtischen Gesellschaft von heute auch in Freiburg um die Stadt zu segnen ganz wichtig ist es für mich für das Protokoll zu sagen ich spreche nicht von der Errichtung eines Gottes Staates oder einer Gottes Stadt sondern das Ziel dieser Lehrserie ist dass wir den Auftrag Jesu die Menschen in unserer Stadt zu segnen ganz egal ob sie uns gefallen oder nicht die Menschen zu segnen und ihnen Unterstützung zu geben sodass sie im besten Fall Jesus Christus erkennen das ist das Ziel dieser Serie ich träume von einer Stadt die unser Land prägt mit dem Guten des Evangeliums und das müssen nicht fromme Dinge sein die so sofort als fromm deklariert werden können wie Heilung und Befreiung oder so etwas was gut ist sondern es kann um Gerechtigkeit gehen es kann um Schönheit gehen es kann um Werte gehen die wir gelernt haben miteinander zu leben und die von Freiburg aus gehen nach außen und darum ringe ich und das möchte ich mit euch zusammentun